Das Seminar Aktuelle Fragen des IT-Rechts für Diplomantinnen und Diplomanten ist die erste Möglichkeit, mit IT-rechtlichen oder mit Legal-Tech-Themen im Zusammenhang mit unserem Institut in Berührung zu kommen, in wissenschaftlicher Weise. Sie sind eingeladen in diesem Seminar selbstständig über ein Thema Ihrer Wahl. Wenn Sie nicht selbst wählen wollen oder können, wird Ihnen allerdings auch eine entsprechende Themenliste zur Verfügung gestellt. Sie sind eingeladen, über dieses dann gewählte oder zugeteilte Thema eine selbstständige wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Das ist auf der einen Seite für viele von Ihnen ganz sicher etwas, was Sie noch nicht allzu oft gemacht haben. Es ist auf der anderen Seite etwas, was in unserem Gebiet vielleicht noch ein wenig spannender und anspruchsvoller ist als in vielen anderen, weil ganz viele der Themen, mit denen wir es auch im Seminar zu tun haben, typischerweise ganz neuartig sind. Deswegen gibt es da auch ganz wenig an schon etablierter herrschender Meinung oder Entscheidungen, auf die man sich berufen kann. Es ist also ein Seminar, bei dem man nicht nur selbstständig wissenschaftlich arbeiten kann, sondern auch ein Seminar, wo man wirklich buchstäblich neue Probleme, sozusagen Neuland betreten kann, auch in juristischer, aber in technischer Hinsicht genauso. Und es ist ein ganz wichtiges Instrument, um mit den Kolleginnen und Kollegen am Institut bekannt zu werden, aber auch um herauszubekommen, ob einen dieses Themenfeld überhaupt interessiert.